Musik Halbzeit der Großen Koalition in Berlin. Zu Gast ist der Regierende Bürgermeister Klaus Wurwereit. Wir haben gesprochen über die Vorhaben der Großen Koalition, die auch auf Bonner Ebene besprochen sind. Das ist vor allem die Miet- und Wohnungspolitik. Und zuletzt haben wir die Frage diskutiert, wann endlich wird der Flughafen in Schönefeld dann eröffnet. Brandschutz. Vielleicht nur zur Kenntnis, wir sind jetzt in Berlin mit der Bundeshauptstadt und nicht mehr in Bonn. Habe ich Bonn gesagt? Oh Mann. Habe ich schon die Provinzialität von Bonn mit dem Flughafen in Verbindung gebracht. Was muss im Leben sein? Da habe ich gedacht, das kann doch eigentlich nur in Bonn gewesen sein, so viel Dusseligkeit, die beim Flughafen passiert. Sie haben ja eben gesagt, das ist jetzt alles auf dem Weg, aber das muss jetzt alles geprüft werden. Wie lange braucht denn das jetzt? Können Sie sich festlegen, so wie der Herr Medorn, der sagt, nicht vor 2016, dann sagt er 2015, vielleicht auch später, vielleicht auch gar nicht? Es kann heute keiner einen exakten Termin sagen und das sagt auch Herr Medorn zu Recht, weil er ist ja abhängig dann nachher von den Prüfungen der technischen Prüfinstitute wie TÜV oder nachher vom Bauordnungsamt, dann kommt der Testbetrieb. Das heißt, also da gibt es natürlich Unwägbarkeiten, die liegen auch nicht in der Hand, dann mehr der Flughafengeschäftsführung. Ich hoffe, dass wir deutliche Bauvorschritte dann auch zeigen können. Und darum geht es ja auch, solange natürlich immer nur spekuliert wird, der Flughafen, das ist ja das Verrückte, der ist ja fast fertig. Also wenn man dort vor Ort geht, ja, aber es ist wirklich, wenn Sie sich das vor Ort angucken, dann ist das ein kompletter Flughafen. Es fehlt aber in der Tat diese technischen Sachen. Und was dann nachher kommt, das sind ja die Programmierungsarbeiten, die sieht man auch in dem Sinne nicht mehr. Die müssen zügig abgeschlossen werden, auch da legt sich Siemens zur Zeit nicht richtig fest. Also wir müssen da noch ein bisschen warten, bis da ein exakter Termin genannt werden kann. Vorgestern war hier in unserem anderen TV-Spezial aus dem Bundestag der Vorsitzende des Verkehrsausschusses, Martin Burkert, die werden im Juni eine Begehung machen, weil sie sagen, wir wissen gar nicht, was da passiert. Wir wollen das mal sehen. Der Herr Medon hat eingeladen. Sie sagen, ja, dann muss das und das kommen. Können Sie denn ungefähr den Zeitraum eingrenzen? Und 2016 wollen Sie ja wiedergewählt werden. Vielleicht zusammen mit der Öffnungsfeier oder wird das nichts werden können? Macht keinen Sinn, jetzt einen Termin zu sagen. Das ist reine Spekulation. Es gibt interne Pläne, wie man in welchen Abschnitten man abarbeiten will und auch baulich fertig sein will. Das hat Herr Medon ja selber schon verkündet. Aber da hängt anschließend noch ein Rattenschwanz dran. Insofern, aufgrund der Erfahrung, die wir gemacht haben mit Terminnennung, werden Sie von mir keinen Termin hören, der nicht überprüfbar ist. Und das macht zum jetzigen Zeitpunkt keinen Sinn. Wäre doch schön, wenn Sie am Tag der Wahl gleichzeitig abends die Eröffnung des neuen Flughafens feiern könnten und Ihre Wiederwahl vielleicht, wenn Sie denn noch Lust haben. In welchem Sendeformat sind wir jetzt hier? Gespräch, TV Berlin Spezial mit dem Regierenden Bürgermeister Klaus Wurwart, seine Vergangenheit und Zukunft. Jetzt sind wir bei der Zukunft. Haben Sie noch Lust bei all diesem Theater? Na ja gut, Berlin ist immer eine Herausforderung und Politik in Berlin zu machen ist nie leicht. Aber es macht auch viel Freude, die Stadt nach vorne zu ringen und bei allen Problemen, die wir jetzt auch besprochen haben, es ist schon faszinierend, wie diese Stadt sich entwickelt hat. Und dazu habe ich einen Beitrag geleistet und deshalb fühle ich mich da auch wohl und habe auch diese Freude noch am Amt. Ohne die kann man das auch nicht machen, bei allen Widrigkeiten. Da gibt es mal bessere Tage und schlechtere Tage, aber in der Gesamtbilanz, sage ich, macht mir das noch viel Freude. Aber es hört sich jetzt so an, jetzt erst recht. Jetzt fängt es an Spaß zu machen, die Jugend kommt nach Berlin und ich will noch dabei sein. Nicht nur die Jugend. Fünf Jahre, Perioden sind ja hier fünf Jahre. Es kommt ja nicht nur die Jugend nach Berlin, es kommen alle Altersgruppen nach Berlin, das ist das Schöne. Beispielsweise auch viele Diplomaten, die ihre Karriere beenden, die sind früher natürlich irgendwo dann in Bonn gewesen, die kommen heute nach Berlin. Bring es mir nicht nochmal auf Bonn. Die kommen heute nach Berlin. Also sehr, sehr unterschiedliche Altersgruppen kommen auch in Berlin und jeder findet hier seinen Platz. Also wenn ich Sie richtig verstehe, nach jetzigem Standpunkt werden Sie 2016 wieder antreten, weil Sie viel Spaß an dem Job haben und dann nochmal fünf Jahre, dann sind Sie wie alt? Ich bin jetzt 60. Also dann sind Sie 62 plus 5, 67. Ich habe für mich gesagt, ich werde für mich persönlich eine Entscheidung zu treffen haben, dann Ende des Jahres 2015 und die Zeit nehme ich mir auch. Gibt es denn schon Kronprinzen in der Partei? Es gibt Kronprinzen und Prinzessinnen. Prinzessinnen auch. Anders als in anderen Bereichen, wo es dann immer nur einen oder einen gibt, gibt es bei uns mehrere und das ist auch schön. Wir haben ja am Anfang der Sendung darüber gesprochen, was Sie besonders freut. Der Zuzug von vielen Neubürgern, 50.000 im letzten Jahr. Was ärgert Sie denn? Ja, wenn es nicht schnell genug vorangeht. Ja, da waren wir bei der Mietpreisbremse. Da haben Sie mich geschollen, dass ich so ungeduldig sei. Ja, aber das sind gesetzliche Vorgaben. Nein, wenn Bauten sich verzögern oder wenn natürlich Entscheidungen lange dauern, die durch viele Prozesse geprägt sind, das ärgert mich schon. Meinen Sie Landesbibliothek? Meinen Sie Tempelhofen oder was meinen Sie? Also sind wir im Zeitplan. Nein, insgesamt. Schon alleine beispielsweise Diskussionen über das ICC oder sowas. Das dauert in Berlin immer alles wesentlich länger. Was wird denn dann? Ja, das ist eine gute Frage. Wir werden jetzt mal gucken. Ja, Sie sind der Boss. Die Konzepte sind jetzt eingereicht und die werden zurzeit ausgewertet und dann wird man sehen, ob da ein tragfähiges Konzept da ist für eine andere Nutzung des ICC. Diese Entscheidung steht noch aus. Aber es ist auch ein langer Prozess der Diskussion beispielsweise. Das ärgert mich, wenn ich durch die Stadt fahre und da irgendwelche Straßenbauten da sehe und die gehen nicht voran. Das ärgert mich persönlich. Also ICC wird ja jetzt zugemacht, also abgeschlossen und renoviert. Ich glaube, diese Woche oder nächste Woche. Das hängt ja jetzt von der Konzeptfrage an. Also wird erstmal jetzt zugemacht für die Öffentlichkeit. Ist doch jetzt in diesen Wochen. Ich weiß jetzt nicht, wann da die letzte Veranstaltung stattfindet. Ja, nach der ITB jetzt. Aber es fängt dann natürlich, wenn der CityCube fertig ist, dann geht das Kongressgeschäft. Der ist fertig und ausgebucht, wie Herr Göke gesagt hat, bei der Eröffnung der ITB. Können Sie ja eigentlich sehr zufrieden sein, dass das wenigstens in der Zeit ist. Ja, nun ist das noch nicht offen. Aber wir haben den Eröffnungstermin, der ist schon festgelegt. Was hätten Sie denn sonst noch gerne geändert, so in der nächsten Hälfte Ihrer Amtszeit, Ihrer noch laufenden Amtszeit? Ja, wir haben zwei große Themen, die die Stadt prägen werden. Das ist einerseits, wie schaffen wir ein Klima der Liberalität in dieser Stadt und erhalten es, wo Menschen wirklich unterschiedliche Herkunft, auch Religion, Lebensweise, friedlich miteinander leben. Sehen Sie das gefährdet? Das ist jeden Tag gefährdet. Und dementsprechend ist es eine tägliche Herausforderung. Wir haben auch heute noch Übergriffe auf Minderheiten in dieser Stadt. Damit muss man aktiv umgehen. Das heißt, Gesicht zeigen, im Kleinen schon anfangen. Und das ist so eine Haltung, die kann man nicht anordnen, die muss gelebt werden. Und dafür ist Berlin eigentlich bekannt, durch die wechselvolle Geschichte. Und wir waren immer ganz schlecht drauf, wenn diese Rechte missbraucht worden sind, mit Füßen getreten worden sind. Und Berlin hatte seine Blütezeit, als diese Liberalität da war. Und die müssen wir uns erhalten. Und dann haben wir auch weltweit eine Chance zu konkurrieren mit anderen Metroponen. Und der zweite Punkt ist eben tatsächlich, den Wandel in dieser Stadt mit dem Zuzug von Menschen, mit den neuen Ansprüchen so zu gestalten, dass das in einer sozialen Ausgewogenheit passiert. Das heißt, dass wir nicht die Randbezirke haben oder außerhalb der Stadtgrenzen die großen Wohnblöcke, wo die sozialen Probleme sich anhäufen, sondern dass wir eine soziale Mischung in der Stadt haben. Wir sind fast am Ende. Und ich will noch mal ein Stichwort nennen. Das haben Sie auch mal zum Programmpunkt Ihrer Regierung erhoben. Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Nämlich Berlin als Stadt der E-Mobilität. Als Vorbild für Deutschland. Davon sehe ich wenig. Sie fahren kein Elektroauto. Sie fahren immer noch mit Benzin oder Diesel. Mit einer großen Karosse. Warum ist der Senat von Berlin dort nicht wegweisend, vorzeigend? Und wir fahren Elektroautos. Ja, wir sind wegweisend. Und wir haben auch im bundesweiten Wettbewerb gewonnen als einer der Standorte für das Schaufenster Elektromobilität. Und die Projekte, das sind Dutzende von Projekten, die werden jetzt umgesetzt. Und dann werden sie auch sichtbar sein. Und warum fahren Sie immer noch diese Ölautos? Es gibt in dieser Kategorie auch eines Panzerfahrzeugs kein Elektroauto. Sie meinen, in Smart passen Sie nicht rein, weil es ist so groß. Ich passe da rein. Da passen sogar wir beide rein. Im Ernst? Baden-Württemberg, der Peter Friedrich, der hat zumindest solche Dienstautos, Smart, da stehen. Aber der fährt auch lieber mit dem Stuttgarter-Modell. Natürlich ist das nicht eine Frage, was da lieber oder nicht lieber ist, sondern das Entscheidende ist, dass vernünftige Konzepte erprobt werden, wo wir tatsächlich Elektromobilität zeigen können. Wir haben, wenn man aufmerksam durch die Stadt fährt, öffentliche Zapfsäulen. Man kann erkennen, die Autos, die mit einem E-Motor ausgestattet sind. Und insofern ist das auch schon sichtbar. Aber natürlich, das ist für eine große Stadt wie Berlin immer noch ein kleiner Prozentsatz. Und für eine Massenproduktion auf zu bezahlbaren Preisen ist die deutsche Autoindustrie bislang nicht in der Lage, aber sie ist auf dem Weg. Die deutsche Automobilindustrie ist dazu nicht in der Lage. Das möchte ich aber gerne mal bewiesen haben. Zurzeit. Ich sage auch zu bezahlbaren Preisen zurzeit. Das ist ja eines der größten Probleme. Das wird keiner Akzeptanz finden, wenn die Preise nicht vernünftig sind, wenn die Infrastruktur nicht da ist. Wenn Sie Batterien haben, die zu groß sind und so weiter und so fort, dann wird das nicht funktionieren. Aber das ist in der Entwicklung. Wir haben ja in Berlin ein großes Batterienwerk. Das hatten wir immer schon. Wie weit sind denn die? Haben Sie da Erkenntnisse im Forschen der Speichermedien der Zukunft? Gut, wer das natürlich als erstes auf den Markt bringt, der hat wirklich ausgesorgt. Also mit anderen Worten, das hat noch keiner. Nach meinem Kenntnisstand jedenfalls nicht so, dass das jetzt als der große Durchbruch da ist. Da gibt es sicherlich Forschungen, die schon relativ weit sind. Aber ich kann Ihnen jetzt nicht den Einzelnen stattfinden. Letzte Frage. Wir sind fast am Ende. Mehr eine persönliche Frage. Bedauern Sie, dass Sie Ihren Freund und Mitgefährten und Mitstreiter den Kulturstaatssekretär Schmitz entlassen mussten? Ich bedauere das sehr, weil er hat eine hervorragende Arbeit geleistet für die Kulturmetropole Berlins. Berlins freue mich auch, dass das quer durch die Reihen auch anerkannt worden ist. Aber er hat einen Fehler gemacht. Einen Fehler, der auch jetzt Konsequenzen hatte. In diesem Sinne, solche Fehler darf man nicht machen. Hätten Sie ihm vorher auf die Finger hauen müssen? Sie haben es ja vor zwei Jahren schon gewusst. Ich bin nun, also auch nicht vor zwei Jahren, aber da hat er eine Strafe bekommen. Das war eine relativ milde. Eine Auflage, 5000 Euro zu zahlen, die ist erfolgt. Und der Vorgang war abgeschlossen. Und das hat natürlich mit einer Dimension, wie im Fall Hoeneß oder anderen, überhaupt gar keine Relation. Da brauchen wir nochmal eine Extrastunde. Ich bedanke mich, dass Sie heute unser Gast waren bei TV Berlin Spezial. Halbzeit der Großen Koalition, Klaus Wovereit. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, treten Sie auch 2016 wieder an. Ich darf das so mal interpretieren. Das ist jetzt Ihre Spekulation. Das habe ich nicht gedacht. Nach Ihren Worten. Und vielleicht klappt das ja dann auch alles. Und dann sehen wir uns hier wieder. Ich bedanke mich bei Ihnen zu Hause, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns nächste Woche wieder, Montag als nächste Sendung aus dem Bundestag. Und bis dahin sage ich Tschüss.